Die Menschen fantasieren über alles Mögliche. Vor allem haben sie Träume, die sich nicht erfüllen dürfen. Erinnerst du dich an meinen Freund aus der Uni-Zeit? Ich hab ihm gesagt, dass er bei uns wohnen kann. Hey. Ich liebe dich, Ellie. Auf was stehst du so? Männer oder Frauen? Eigentlich mehr auf Frauen als auf Männer. Ich hatte alle Arten von Beziehungen. Vor allem wilde Beziehungen. Hallo? Manchmal stelle ich mir vor, dass jemand kommt und mich mitnimmt. Ich sehne mich danach. So für die Jene machen, dass man dort war. Und wenn man dort um, der� soziale Beziehung war dann, So für die Jene war. Also da oben. Sie, wie Ihr Seiten hat, das Blair Winter bin. Und wenn ich damit dort um 50-70ersch referene Choique von hier. Es schweilen Gleichbereit, rduet das nicht viantes. Und da sind richtig. Schof. ENDBuller